Hi Leute, ich bin es Albert von Windows Area.de und wir schauen uns heute die Windows 10 Insider Build 15014 an. Die wurde erst vor wenigen Tagen für Windows Insider im Fastring veröffentlicht und bringt ebenfalls eine Reihe von Funktionen mit. Also das Wichtigste ist einmal, würde ich sagen, dass der Windows Store zumindest in den USA E-Books bekommt. Und da schauen wir gleich mal rein, wie das aussehen wird. Und zwar ist es eigentlich im Prinzip nichts Spannendes. Hier bekommt ihr einfach neben den Filmen und TV-Serien Musik einfach hier eine Bücherfektion hinzu. Und so sieht die dann aus. Also ganz normal, wie man es sich eben vorstellt. Aktuell hat Microsoft offenbar nur Lizenzen für den US-Markt hier eingekauft. Deswegen gibt es den Store nicht in Deutschland. Wieso ich den hier aufrufen kann, ist ganz einfach, weil ich die Region in den Einstellungen hier unter Zeit und Sprache, dann Region und Sprache hier auf Vereinigte Staaten umgestellt habe. Was ich gleich dann auch wieder zurück machen werde. Und dann wird auch der Windows Store direkt aktualisiert und weg sind die Bücher. Also eigentlich nichts wirklich Spannendes. Ich muss sagen, jetzt ist mir sogar was anderes eingefallen und zwar, tatsächlich ist aber ein Feature für uns wesentlich interessanter und das finden wir hier unter Personalisierung. Und dann glaube ich unter Farben, so hier ist es, dass wir die Akzentfarben hier benutzerdefiniert ändern können. Also wir haben hier die Liste der verschiedenen Akzentfarben, die wir hier wählen können, wie wir es bisher auch von Windows 10 kennen. Jetzt aber mit dem Windows 10 Creators Update kommt eine Funktion dazu und hier ist der Farbpicker. Also das heißt, wir können uns die Farbe hier auswählen und auch hier die, ja wie dunkel sie ist, hier einstellen, also den Wert und hier herum verschieben. Hier ist die aktuelle Farbe, die wir jetzt gewählt haben und dann haben wir hier oben den Vergleichswert, wie wir sie eben haben wollen. Und ich nehme mir hier ein dunkles Rot. Interessanterweise steht hier auch dann die Bezeichnung der Farbe, aktuell in Englisch, also Grün bis hier nach unten. Okay, Grün gibt es keine Töne. Dann geht es rüber zu Dunkelgelb. Tan, okay. Und je heller ihr das hier einstellt, Rot, wieder zu Rot und hier können wir auch wieder zurückgehen, dann hier Dunkelrot nehmen. Ich nehme mir hier dieses Kirschrot, was auch immer das ist. Hier können wir auch eine Vorschau generieren lassen. Ziemlich schlecht zu lesen auf manchen Oberflächen, aber das ist mir jetzt in dem Fall egal. Und jetzt habe ich hier meine neue Akzentfarbe. Auf dem Startbildschirm können wir das dann gleich sehen. Also sieht meiner Meinung nach gut aus. Ist auch ein Feature, das Windows 10 lange, lange gebraucht hat, beziehungsweise Windows General. Unter Windows 8 gab es das auch nicht und das ist wirklich das erste Mal, dass man das hier ändern kann. Offiziell zumindest. Bisher ging das natürlich auch über die Registry, aber so ist es doch ein bisschen gemütlicher. So und dann schauen wir gleich weiter, was es an Neuerungen gibt. Und zwar kann ich das jetzt hier nicht herzeigen. Das ist der Schieberegler für die Energiesparmodi. Ich habe das schon letztes Mal erzählt. Ich erzähle jetzt nochmal dasselbe, kann es hier einfach nicht herzeigen. Beim Surface Book ist es beispielsweise so, dass ihr hier jetzt drüber einen Schieberegler bekommt. Ich zeige da jetzt auch gleich ein Foto her im Video. Und da könnt ihr eben euren Energiesparmodus quasi einstellen. Ihr könnt hier frei festlegen, ob ihr eher eine gute Performance oder eine gute Akkulaufzeit wollt. Und das in einem Schieberegler, was bislang, das kann ich auch hier herzeigen, in den Energieoptionen war. Hier haben wir nämlich Energiesparmodus und ausbalanciert. Und dann noch auch den Höchstleistungsmodus. Und in Zukunft wird es so sein, dass einfach die Höchstleistung ist ganz rechts beim Schieberegler. Und der Energiesparmodus vermutlich irgendwo weiter links. Vielleicht auch ganz links, das kann ich nicht sagen. Denn auch der Energiesparmodus lässt sich hier bearbeiten. Und im Vergleich zu dem, was Windows hier zulässt bei den Einstellungen, könnt ihr hier zum Beispiel auch eine ganze Menge anderer Dinge festlegen. Auch beispielsweise die maximale Prozessorleistung und so weiter. Die ist nämlich hier zum Beispiel bei 100%. Ein bisschen Akku sparen lässt sich dann doch, wenn man eher zurückgeht. Aber das ist nichts Neues. Das ist schon seit Windows 7, so soweit ich weiß. Oder vielleicht länger. Und ist tatsächlich kein neues Feature. Also, was sich jetzt in Windows 10 ändern wird, ist, dass ihr den Energiesparmodus in einem Schieberegler ändern könnt. So, das ist meiner Meinung nach ein ziemlich praktisches Feature, weil das gibt einfach mehr Nutzern einen Zugang zu dieser Funktion. Denn bisher ist, glaube ich, auf 90% der Windows 10 PCs tatsächlich der ausbalanciert Modus aktiviert, weil sich auch kein Nutzer wirklich traut, diese Einstellungen irgendwie anzurühren oder etwas zu ändern. Oder er vergisst es wieder, zurückzumachen und dann hat man immer den Höchstleistungsmodus, beschwert sich, was die Akkulaufzeit dann niedrig ist. Also solche Dinge passieren und die meisten Nutzer verwenden das gar nicht. Jetzt ist es ziemlich prominent positioniert und da werden sich auch mehr Nutzer dran trauen. Dann noch eine Änderung. Oh, das ist eine schöne Farbe. Die fällt mir schon ziemlich gut. Wird hier unter System, das wollte ich vorher, Speicher neu sein. So, hier ist Storage Sense. Das ist jetzt eine neue Funktion in Windows 10, die dann auch mit dem Creators Update kommen wird. Und zwar könnt ihr hier automatisch den Speicher von Windows freigeben. So, mache ich mal hier. Und hier kann Windows temporär genutzte Dateien und auch die Dateien im Papierkorb regelmäßig löschen. Das heißt, in 30 Tagen wird einfach hier der Speicher im Papierkorb regelmäßig geleert. Bei mir sind es aktuell 0 Byte, auch wenn der Papierkorb voll ist. Und dann könnt ihr hier auf Clear Now gehen. Das heißt, er macht diese Maßnahmen eben sofort. Und bei mir sollte dann auch hier der Papierkorb leer sein. Irgendwann. Also, das sind jetzt die Neuerungen, die Windows 10 mit dem Creators Update bringen wird. Also, das finde ich schon ziemlich spannend. Und dadurch, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit in diesem Video haben, wollte ich mir ebenfalls einige Neuerungen anschauen. Hier beispielsweise sind die Apps. Letztes Mal haben wir schon über die Ordner gesprochen. Dann verweise ich gleich auf das Video von letztem Mal und auch hier die HoloLens-Einstellungen, die neu sind. Einige Nutzer haben mich letztes Mal dazu gefragt, die eben die Farstring Builds nicht installiert haben. Und jetzt schauen wir uns das an, was denn hier in dieser neuen Einstellung holographisch da versteckt ist. Also, hier haben wir nur eine Option auf der linken Seite. Nur einen Reiter. Und jetzt mache ich das mal groß. Und wirklich viele Einstellungen sind das hier nicht. Hier könnt ihr festlegen, welchen Lautsprecher das System verwenden soll, wenn ihr ein VR-Headset um den Kopf geschnallt habt. Und welches Mikrofon verwendet werden soll. Beispielsweise, wenn dieses VR-Headset ein eigenes Mikrofon hat, dann könnt ihr dieses verwenden. Oder eben euer PC-Mikrofon. Also ganz, wie ihr das wollt. Wirklich spannend ist das nicht. Und noch was gibt es in Bezug auf Windows-Holographic. Das muss ich jetzt mal suchen. Ich glaube, das ist ganz, ganz hinten. So. Hier ist dieses Windows-Holographic-Interface. Das ist eine eigene App. Und hier seht ihr dann auch, was ihr für Windows-Holographic benötigt. In dem Fall USB 3.0, das ich eigentlich haben sollte. Und kein DirectX 12. Jetzt kann ich nicht vorsetzen. Also auch noch nichts Spannendes. Und dann kann man sich eben dieses Interface ansehen. Ich werde es mal auf einem PC mit DirectX 12-Unterstützung installieren. Und kann euch das dann nächstes Mal herzeigen. Ich habe selbst, ist tatsächlich ein ehrlicher erster Eindruck, weil ich mir selbst diese Einstellungen noch nicht angesehen habe bisher. Und dann schauen wir beim nächsten Video einfach weiter. Das sind jetzt einmal die Neuerungen von Bild 15.014. Es gibt auch eine ganze Menge Kleinigkeiten, dass irgendwelche Abstürze behoben sind. Die größte Neuerung ist eigentlich jetzt beim Snipping-Tool zu finden. Also von diesen kleinen Dingen jetzt. Das kann ich auch herzeigen. Und zwar wird jetzt bei Neu direkt ein neues Bild erstellt, ein neues Screenshot. Und ihr habt keine Option mehr. Und jetzt habt ihr unter Modus diese Option, was ihr hier ausschneiden wollt. Ein Fenster, freies Ausschneiden, Vollbild Ausschneiden und so weiter. Also bisher war das unter Neu. Dann musstet ihr eben doppelt klicken. Und jetzt könnt ihr euch das jedes Mal selber wählen und hier einfach einen Ausschnitt auswählen. Also das ist im Prinzip keine große Neuerung, aber eben eines der neuen Features des Windows 10 Creators Updates. Was ich noch nicht hergezeigt habe, das ist hier bei Cortana auf der linken Seite. Hier gibt es ein neues Interface. Und zwar ist die Cortana Suchleiste jetzt weiß anstatt schwarz. Man hat sich offenbar dagegen entschieden, wie das bisher war, so dezent. Und möchte das jetzt einfach irgendwie, wie soll ich sagen, etwas prominenter haben. Sie ist jetzt ein bisschen grau, wenn man dann mit der Maus drauf ist, dann wird die Fläche weiß. Bisher war die ja dunkelgrau und wurde dann etwas heller, wenn man eben mit der Maus drüber gefahren ist. Also wirklich eine eher kleinere Änderung. Aber es gibt davon eine ganze, ganze Menge. Und das macht gemeinsam eigentlich das Windows 10 Creators Update dann aus. So, und das war es eigentlich schon mit Windows 10 Build 15014, die jetzt aktuell im Fastring erhältlich ist. Ich danke euch wieder mal fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.